Guten Morgen, heute ist wieder Gewichtstag, Montag Heute geht mein Sohn in die Schule bzw. erst mal in den Hort Kennenlernwoche und danach wird er eingeschult Hier, da, dieser Typ, der gut aussehende da drinnen Ja, wenn ich dann wieder da bin, danach gehe ich zum Sport und dann wird gewogen Wir sind Spanner Diese Frau, glaubt mir, sie ist anders Kümmerst du dich jetzt mal hier um sein Kind? Nein, ich glaube um das andere Kind Achso, um das andere Kind Sie kümmert sich um das andere Kind Also, wenn sich um jemand kümmert euch Leute, kann ich euch sagen, um das Kind auf jeden Fall Aber um mich? Weiß ich nicht Die nächste Prozessorbesuch geht auf mich Gut, ich gehe jetzt zu Max rein Was machen wir heute? Heute wird einfach Bänder, Stärkung der Obersteckmuskulatur, alles sowas wieder an Maschinen Deswegen sind wir auch hier und nicht drüben Hast du auch schon Band in der Hand? Das ist halt mein Go-To Immer dabei Wenn du mich irgendwo siehst Andauplatz Hast du immer einen dabei? Ja Das ist halt, das ist Qualität Ja Jetzt zeige ich euch mal meine Qualität Ja Ja, geht's dir gut? Geht's dir gut? Willst du los Johnny? Gib Papa ein Rrrr. Ein Rrrr. Ja, sag ich ja. Mama Milch ist die beste Milch. Milch mit Öl? Papa muss weitermachen. Ja, ich weiß. Wir sehen uns gleich. Ich kleide die Mama mit Jockey. Mama, mach deinen Job. Ich weiß nicht. Ich spreche dir gut. 125,3 ist vollkommen okay. Was sagst du zu 125,3? Meine Frau sagt zu viel, ich sag es okay. Es ist ein Kilo weniger als letzte Woche. Ich habe gut durchgezogen. Ich will gestern auch mal was essen. Ein paar Nudeln, ein paar Scampis. Es geht einfach immer weiter und das ist es. Ich habe ungefähr 1 Liter getrunken, aber ich habe auch ein bisschen was geschwitzt. Deswegen passt das so mit dem Gewicht denke ich mal. Ich kann mich nicht beklaren. Ich zeige euch was ich heute zum Mittag esse. Ich zeige euch was ich nachher zum Abendessen esse. Und dann haben wir hier ein schönes kleines Video. Was ist das denn jetzt zum Mittag? Ich wollte Brut mit Brokkoli essen. Oder Hähnchen mit Brokkoli. Gemüse, kannst du dir was einfallen lassen? Zauber was für mich. Brut und Gemüse. Oh, anstrengender Tag. Anstrengender Tag. Ich bin eingeschlafen. Wir haben es jetzt 19 Uhr. Meine Frau hat vorhin Zucuk mit Brot. Also hier, ich habe hier so kleine Zucuk Brote. Drei Stück. Die haue ich mir rein. Es ist mein Abendbrot. So eine Art. Man weiß, ich habe heute eigentlich nur von der Pute noch beim Streaming reingeballert. So nebenbei, weil ich so Hunger hatte. Aber noch weiter streamen wollte. Also wirklich trockene Pute. Jetzt ist das. Und heute Abend brauchen wir einen Shake. Ja, das gibt es jetzt noch einen Rita-Weight. Und das ist es für heute. Und dann geht es voran. Ich glaube ein Kilo haben wir weniger. Jungs, alle die das sehen, immer weiter machen. Egal ob 800 Gramm, ob 1,5 Kilo, ob 1,2 Kilo. Einfach machen. Durchziehen. Und am Ende ist es nicht wichtig, ob ihr jetzt 2 Kilo oder 200 Gramm pro Woche verliert. Hauptsache über die, über die Zeit, über die nächsten 5, 6 Monate kontinuierlich abzunehmen. Das ist das Ziel. Und das machen wir. Und ich hoffe viele machen mit. Ich hau mir das jetzt so rein, weil ich Hunger habe bis nach mir. Okay? Und heute Abend gibt es noch einen Watermelon Shake. Zeige ich euch auch noch gerne. Schön mit Limetten habe ich Bock drauf. Geil. Okay. Also, ich esse jetzt. So, ich habe jetzt noch ein... Es ist zwar schon 12 Uhr, aber ich habe mir um 10 Uhr noch einen Salat reingeballert. Diesen hier. Und, ähm, ja. Weil ich hatte noch so Hunger. Weil ich kaum was gegessen habe, aber ich schlafen habe. Aber egal, da habe ich mir einen Salat reingeballert. Und, ähm... Es läuft, Chat. Und, äh, Chat. Deswegen... Kann man nicht, äh... Kann man, äh, nichts gegen sagen. Noch mal Handy? Okay, Chat. Äh, äh... Ich bin so verloren. Also. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ciao.